moin meine lieben reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer reise im fähige feuer von valhalla in valheim mit mir und der natzen nein hat sie heilt zusammen dann wollen wir heute mal ein paar dungeons machen genauso erst mal welche finden ja in der hoffnung dass wir federn da auch finden ja genau wir brauchen federn aber irgendwie treffen wir die blöden vögel nicht müssen mal gucken das ding ist ja wir haben jetzt schon unterhalb so viel abgeklappert gibt es nicht auch noch mehr düster wald war in einer anderen richtung irgendwie mal hier lang oder so was ist hier lang weil sie guck doch wo ich langlauf richtung angeben oder was kann man da hinten da ist doch noch so dunkel hinterm eiktür weiter durch da ist doch noch so dunkel lass doch da mal hin ja noch ganz viel unentdeckte map hier ja da gehen wir dabei und laufen immer zum gleichen ja da machen wir das mal so ja ist ja richtig mal was neues sehen ja vor allem mal die chance haben auch wieder was neues zu finden ja das auch also da hinten habe ich sowieso markiert eine biene ja da ist noch eine bienen lässt solche dinge machst du biegen markieren ja ja mit gps der 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 esche läuft nachts durch den wald und es prägt bienen deswegen sind die schwarz gelb aber das sind doch westen die schwarz gelb sind ja diese ganze viele pilze ja ich habe auch gerade einen schwung mitgenommen immer gut immer schwingen die dinge ja du blöde schwein erschreckt mich doch ich glaube ich mal in die richtung hier aber war wohl trüffel schwein ganz viel pilze hat es mir gebracht ja 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 ich meine auch ich sehe ganz viel wald aber kein düster ich werde hier aufgehalten von ganz vielen schweinen ich habe das schwein bis zu mir gehört obwohl du ganz weit weg ist das schwein bisschen quieken gehört auch das machst du mit dem armen schweine ich weiß auch nicht ich bin ja schon sehr schnell mit dem schwerte aber nicht schnell genug ja strange ist echt kein düster wald ich habe jetzt noch so eine freie fläche gefunden ja wasser ganz viel wasser aber keine dies der wald nicht sehr düster wald die sich hier umbringen ich habe meins gekillt das muss ich nicht das machen die selber die laufen ins wasser ja dann können die nicht schwimmen naja sag mal so sie kommen nicht sehr weit das ist schade ich komme ja hinter denen her mit der kinder ja aber hier ist kein düster wald und hinter dem wasser da ist auch kein düster wald da sind auch normale bäume ja aber wenn wir dazu bieten laufen und weiß ja nicht wo die biene ist dann musst du führen ja ich führe ich sehe ja nicht was du markiert hast erstmal da gucken in dieser in dieser abgeranzten hütte da da sind doch meistens irgendwelche kisten oder so was das denn hier klumpsklo habe ich sie du blöder vogel doch immer das hier mal war das war hier mal so ein dörfchen schweine das scheint hier aber mal ein dörfchen gewesen zu sein da vorne ist auch noch eine hütte guck mal guck mal kiste leer hast du schon ne ich war da nicht dran ach so hier ist gar gar nichts hier ist gar gar nichts gar nichts gar nichts gar nichts gar nichts ja noch ein bisschen darum ja jetzt boxe ich geil ja boxen boxen wenn die kettensäge gerade nicht zur hand ist dann wird geboxt wieder so ein klumpsklo hier ist kein düster weil der spüren nein aber jetzt ist aber scheinbar warst du ja dann schon mal hier ja aber auch nur bis hier vorne bis da 100 bieten lässt es weiter war ich auch noch nicht ich anscheinend aber wie bin ich denn da hingekommen also nicht ach so quer fällt ein ja von einer anderen richtung bin ich anscheinend mal dahin hier ist ein altar guck mal hier ist so ein altar ja ich komme sofort ich bin gerade bei den stein lesen jagt seine nachkommen ist das nicht wieder eiktür ja okay dann ist das so ein eiktür alter nicht pieksten hier nicht pieksten jungs na toll ist das und wird machen so pieksten ja dann erst recht na ja jetzt kommt weiß doch der reiz des verbotenen und so geht doch habe ich jetzt die die bieten königin ja wohl ja ach guck mal hat er hier so ein zweites eigenheim weißt du ja 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 so und da war ich auch noch nicht in diesen gefilten hier ja da war ich lang da bin ich mal lang gegangen also da wird auch kein wüsterwald sein ne da nur nicht hättest du ja gesehen ja ich kann mich allerdings auch nicht mehr daran erinnern wann wir mal hier lang waren also ja von daher das muss länger her sein ja ah jo ja aber dann ist das echt so dass dann nur da unten dann düsterwald ist was ist das denn ne da hinten hier kommt düsterwald ne ja dann warte warte ich komm ich komm ich komm ich komm warte auf hier kamste düster hier kamste düster warte auf den modi und hier kamste grauzwerg ja es kommt davon weil du nicht auf mich wartest oh ist das dann der ist voll hinter mir gespawnt glaub ich glaub ich da hinten wo du bist rechts von dir ne ist doch kein dungeon schade sei auch so bei dieses gebläder sind wieder dieser ja noch ein ding ja ja wieso habe ich die mitgenommen wen hast du mitgenommen nervige tante ulla nee zwei kupfer und zwei zinkbaren warum machst denn sowas ja ich weiß doch auch nichts wer macht denn sowas was war das ich hab voll was war das ah ein skelett mit schwert folge den fliegenden knochen ja ja ok oh was ist denn hier für ne party hier ist ne schweine party grauzwergen so tut mir leid musste ich leider einmal crashen boah ey immer diese party crash habt ihr das gehört habt ihr das gehört diesen lauten schweineschrei ja oh hier schnee oh das ist nicht gut da ist sehr kalt halt reisen höre meine warnung du bist nicht der erste der hier erschien viele sind dem ruf odins gefolgt doch der weg der vor dir liegt ist hart und gefährlich wenn dir etwas an deinem leben liegt dann solltest du deine behausung in diesen augen weit weg von den bäumen errichten hüte dich vor dem gehörnten und verschone die seien ich meine ich hätte den schon mal gelesen irgendwie kam mir das jetzt bekannt vor dieser sound dieser sound aber wir sind nicht mehr im düsterwald es schwächt 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 ich glaube ich habe einen dungeon gefunden tatsache komm mal zu mich komm mal bei mich bei sehr schön sehr schön ich komm ich bin so fast da doch da bin ich sieht sehr eng aus ist das ein dungeon oder ist das wieder so eine trollhöhle eine grabkammer ja das weiß ich doch nicht was hier drin ist ne grabkammern ist gut Skelett grabkammern sind tollhöhlen warte mal ich sehe doch nichts so ach dich habe ich doch erwartet ach ach herrje jetzt muss ich erstmal aufräumen hier ich schmeiß mal Sachen rein ich höre wieder ich höre geist so ich hab noch Platz hier 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 ist meine Vogel so da ist auch schon eine Truhe ich finde die Truhe hier immer ne bestimmt nicht oh voll falsche hi ja und du findest immer neue Freunde siehst du ja ja so muss das ach moin ach 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 guck mal alter na 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 hier ja hier ist nichts hier ist hier ist hier ist hier ist hier unten hier unten hier unten hier unten hier unten ich kümmere mich hier nur um die Pilze geläht geläht überrestes und ja mach doch mal gib nur Knochen ja nur Knochen ist gut die können wir auch mal wieder gebrauchen für irgendwas ja ja da gehts weiter her da ist der Spawner ne das ist der Geist das ist der Geist egal tot machen ja ja ist schon weg siehst du wohl oh da hinten sind sie die ganze Surdlingkerne oh ja ein Rubin aber wir haben keine Federn gekriegt wohl ne bis jetzt noch nicht leider ah schade deswegen sind wir doch hier ja warte da sind ja noch zwei da sind doch noch zwei Kammern bleib locker ja ja ne 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 Sackgasse hier auch ja dann hier lang so oder auch nicht oder auch nicht wir haben uns verlaufen ja die kommen ja schon irgendwie raus es muss es muss aber nicht ganz schön ganz schön verwickelt hier in der Winkelgasse ja hier 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 so dann einmal hier lang ja ja und das war es auch schon ja boah riesengammer hier was schätzt du wir gefunden haben hier hier deswegen finde ich die hier strun immer weil du einfach mit den Räumen vorbei gehst ich gehe mal erst zum ende ja das macht doch gar keinen Sinn ich habe auch eine truhe ich habe auch eine truhe so und ich habe federn yay ja scheiße hier ist noch ein nebenraum ach ein skelett mit dem stern und tot ist es hast du zufällig noch eine schatztruhe ich habe jetzt auch federn gefunden ja ich habe zwei vier rubinen hast du noch platz ja kannst du die rubine geben ne ich kann die nicht mehr aufnehmen aber hier in der kiste sind sie alle drin ja warte ich komme gleich warte ich habe hier nämlich auch gerade noch eine kammer mit schätzen gefunden ui ich bin ja schon wieder voll hier ja ich komme ich komme und kann nichts wegschmeißen ah das gute geld hier ja eben das können wir ja nicht einmal liegen lassen das geht ja nun nicht ne so ok also hier war ich ich glaube jetzt jetzt und dann mal zurück ja also ich habe aber auch noch federn gefunden vier stück ich habe sieben naja mit den vier zu hause haben wir dann jetzt 15 wir haben vier zu hause ich dachte zwei ne aber vielleicht finden wir ja noch ein dungeon mal gucken ja ja und siehst du es muss gar nicht düsterwald sein naja muss aber dann hier schon am rand sein ja aber wir haben ja hier jetzt auch ein dungeon oh was ist hier ja 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 das kann sein dass hier oben auch noch mal eine truhe ist mit federn ja ja da ist noch so ein treulingen toll komm ich gar nicht hoch oh der ist blöd ja weil hier was fehlt ach so ja ich sehe aber noch da oben steht aber die kiste ja ich sehe es aber wie soll ich da hin ja 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 normalerweise müsste man jetzt was bauen ne der ist doch jetzt doof ach guck mal ich habe es durch springen geschafft ja guck oder so ja das ist aber ach nicht so einfach warte hm ich warte ach ne hier komme ich aber echt schlecht ach geschafft ach Geld und Feder äh keine Federn Pfeile ja auch nicht schlecht Geld vor allen Dingen ist nicht schlecht ja können wir uns aber auch keine Federn von kaufen ne das ist wahr ich glaube es wird dunkel Eschi ich glaube auch dann gehen wir doch mal im Dunkeln durch den düsterwald oder ach ja damit wir die Dungeons so gut sehen ja ja ist weit bis nach aus ja das stimmt sind jetzt gut unterwegs jetzt wird jetzt auch nicht extra deswegen umdrehen bis wir zuhause sind ist wieder hell ja eben ne können uns ja ein Lagerfeuer aufbauen ja da vorne ist glaube ich schon eins was dungeon oder nein wieder nur so ein Knochen Ding hier ach schmeißt einer Steine hinterher ja ich sehe da haut sie einfach ab ne ich guck mich hier ein bisschen oben noch Dungeons oder so hey dungeon hoch dungeon hoch ich habe auch keine Fackel mehr so eine Scheiße ja ich habe gerade einer an aber die hält jetzt auch nicht mehr ewig ne ne ist schon über die Hälfte durch was haben wir denn hier für ein 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 Bauwerk oh nein jetzt muss ich aber entscheiden hier oh Gott was bist du denn ein Berserker oha ne du stand neben dem Eingang und habe mich von hinten angegriffen die Sau ja ja ich hatte hier da habe ich den Tisch kaputt gemacht meine einzige Chance da hoch zu springen super Schamane wie soll ich jetzt da hochkommen warte erstmal ausdauern ah jetzt komme ich hier nicht hoch oh hier ist doch ein wichtiger Samen ne für den alten ja dann nimm mal ich kann nichts mehr nehmen ja ich auch nicht ich habe gerade andere Probleme als irgendwelche Samen was du wieder denkst ne nein 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 ach komm warte mal wie komme ich denn hier hin ja ich habe da war ein Tisch den habe ich aber zerschlagen warte ich komme hier hoch ich komme hier hoch ist da überhaupt irgendwas lohnt sich das überhaupt da hoch zu laufen ich glaube nicht mal nix ne ich sehe auch nix ne dann kann ich dann kann ich so lassen was steht denn hier auf dem Stein ach das ist nur eine Map das ist eine Map ja 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 so warte das kann weg das kann weg ah warte da war noch was was weg kann so hast du den Samen weil hier liegt keiner mehr ja ja ich habe ich habe ich habe aber gleich wird es dunkel leute ja sonst sehen wir nichts mehr sonst sehen wir gar nichts sind wir doch nicht oh außer ganz viele Feinde sehe ich auch nichts ne gut 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 wenn du die siehst bevor die dich sehen 5,6 ja ich bin voll reingerannt ok das ist nicht so gut irgendwo ein Spanner vielleicht ja ich glaube auch da kamen so 5,6,7 keine Ahnung gräuliche Zwerge auf jeden Fall gräuliche Zwerge die schmeißen alle mit Steinen Spalter eieieieieiei was sind wir denn hier jetzt doch weiß ich nicht aber ich bring alle mit irgendwo am Wasser jetzt hier auf jeden Fall ist meine Fackel jetzt auf oh da ist ein da ist ein Schamane Schamane und ich bin vergiftet klasse ja vergiftet ist auch nicht so schlimm tot ey aua tot ist schlimm vergiftung führt aber doch weitläufig zum Tode meistens ja na jetzt habe ich aber die faxen wicke hier aber ich habe keine Ausdauer ja ich kenne das Problem kenne ich na ja ja hau ab du feiges Sau du so jetzt sind wir auf Vollmond hey schön ja schön hell äh hier sind wir hier am Wasser schön und gut ja Underwater aber bisher nur ein Dungeon so jetzt habe ich ganz viel zu lesen ihr seid gewarnt vor den Grauzwerken das hat man doch schon die Versteckte in den Schatten nehmen doch ohne Seele sind geboren aus Verfall und Regen ja das kommt mir bekannt vor irgendwie Filze aus dem rauchenden Boden ja oh 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 ein Stern nein ich habe keinen Schwert draus ich boxe auf dem Skelett ein mit dem Stern mit dem Stern auf den Grund ja Alter da ist noch 1 mit Schwert und Schild aber den schild hat er nicht sehr gut eingesetzt nämlich gar nicht wie er jetzt wieder gehen du langweilst mich am gewissen alter ist man halt dauernd müde das ist leider mal fakt das schon wieder drei stück mann 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 okay 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 oh schamane der schamane lauf darauf zu und killt und schamane und läuft weg jetzt bin ich vergiftet ich bin auch vergiftet das widerspricht sich voll ich bin weggerannt ich habe keine ausdauer hinzugefügt hart sowieso ach ja die fackel war vergiftet jetzt haben wir den scheiß ja gib mir euer leder gib mir euer fleisch sehr schön so rein theoretisch hätten wir doch nach hause laufen können ja irgendwie ich hatte ja gehofft dass wir doch noch einen dungeon hier irgendwo finden ich habe übrigens keine nur noch einen hauch von fackel die geht jetzt jeden moment aus hier ist eine kiste musst du dann sprichst du schätze dran springen ja muss von unten dran springen und schnell drücken dann kommst du an den schatz dran das will ich sehen was ja die federn habe ich schon aber für mehr reicht es nicht da dritte und dann da unter dem vorsprung ich sehe nicht ich ich da da oben und wenn du springst dann kannst du die truhe erwischen ich sehe hier keine ich sehe hier nicht meine truhe andere richtung gucken ach da ja feuersteine sind noch drin zwei stück und münzen worden ja ja klar die meinung ja gar nicht die habe ich ja sowieso ja wenn die feuersteine kann sind liegen da so ja ich habe die jetzt auch mitgenommen aber das ist doch nicht ich habe es keine fackel mehr und es ist dunkel und wir finden hier einfach keine das sind nix wir finden hier einfach keine keine dungeons ne wir hätten noch in den anderen wald gehen aber da haben wir ja auch schon alles dann sagen da haben wir doch schon sämtliche dungeons gemacht das bringt ja nichts ich wollte extra neue finden ja schon wieder keine ausdauer ja das ist so wieso nimmst du denn dein schwert in die hand ich ja ja aber nicht so ja ich bin schon lästig weil so kann ich nicht sehen ob irgendwo gar nicht sein ohne frieren weil so kann ich nicht sehen ob irgendwo gar nicht nicht sein ohne frieren ne du erfrierst er sagt es sogar vorher noch selber und läuft dann trotzdem rein ich muss doch mal eben gucken du fängst an zu spieren na toll ich bin nach hause du läufst immer weiter weiter und weiter das ist immer weiter weg von so weit meine füße mich tragen so weit ist das nicht aber ich habe ja noch so ein paar häuschen entdeckt in denen es nix zu holen gibt ich könnte es vertrauen sagte so köstliche karotten sowie so ich hoffe ich komme jetzt auf dem weg direkt heim hier ist ein bett mit ruhe auch mann immer münzen hier die stechen die piksen mir noch lange nicht noch lange nicht so haben wir zwei bieten kündigen oder gibt noch zwei neue bieten stücke ja ist doch schön speichern welt in 30 sekunden wenn ich dass ich jetzt irgendwas abschaltet ja genau natürlich ja das kann ich ja damals dann hat er irgendwas angezeigt und dann sind die server down gegangen wegen irgendwelchen scheiß also die die ashlands sollen ja jetzt bald kommen aber von heute habe ich nix genug ich habe eine fackel gefunden wie schön ist das denn glücklicher aber jetzt wird es tag ja jetzt brauchst du auch nicht mehr krass leute jetzt für ein langer weg jetzt nach hause also ich bin jetzt echt auf dem rückweg ja ich muss jetzt auch mal langsam gucken ach dann bleibt der bernstein halt hier so ich muss auch mal gucken wo muss ich hin ja ich sag ja du bist doch immer weiter gelaufen und weiter und weiter ich bin ja auch gerade ein bisschen falsch aber habe auch viele entdeckt hier was haben wir denn die auf den schildern stehen nix super aber es ist ausgeschwindet klasse nix das nirg ist ins nix noch mal federn sehr schön boah ich habe 60 fehler hier sind noch mal nix ein paar nixen schwänze kriegen wir heute ja doch noch ein na heute vielleicht nicht mehr bis ich zu hause bin weg damit könnte etwas dauern jetzt hier das ist ein trophäen ja in die richtung doch rutscht doch nicht immer runter junge laufen sie laufen sie warte mal wo lang jetzt ja ich komme irgendwie immer vom weg aber so weit ist es nicht mehr bei mir kennen das problem sehr gut nur bei mir ist es noch äußerst weit ja ja ist es ja so ich bin wieder hier an diesem dorfe ich habe ja auch gedacht das wollte ich sogar nicht sagen jetzt bin wieder hier an diesem dörfchen was wir gefunden haben also diesem modderdorf wo du meintest schweinestall und so was war das ja ja ein vogel kommt vielleicht erwischt stehen ich habe einen vogel erwischt hier drei federn i am very proud of you da haben wir jetzt ein paar fehler du das war ja auch sinn der sache denn liebe leute wir brauchen ja bronze feiler haben wir gesagt wir wollen ordentlich bronze feiler machen natürlich wäre es schön dass noch mehr federn zu haben aber ich sag mal so man findet sie immer wenn man sie nicht braucht braucht man so findet man sie sowieso nicht ist so wie viel hast du jetzt sieben glaube ich hatte ja dann haben wäre 27 müssen wir dann haben muss doch schon mal eine gute ausbeute das ist doch erstmal okay hast du jetzt 20 oder hast du jetzt 16 ich habe 16 aber du meinst ja nicht hier zu hause sind 20 dazu noch adam riese wüsste den passenden noch adam riese so wie weit muss ich nur ach du arzt nicht ja ich brauche ein stückchen darfst du uns gern verabscheuen es wird echt besser hier ja ich würde echt sagen ja ich ja ich treffe ganz gut tiere heute also ich bin gleich zu hause leute und der eschburg noch eine weile ich glaube ich warte dann einfach mal zu hause auf den ja das wird so hier ist unser altes zu hause das habe ich gerade was hier ich gerade ja gut und wenn es euch heute gefallen hat dann gebt uns doch gerne einen daumen nach oben für unsere videos und wenn es euch nicht gefallen hat dann gibt es gerne einen trost daumen für unsere videos und einen mitleidstaumen wie auch immer ja abonniert natürlich gerne unsere kanäle um nicht zu verpassen wie es hier oder auch sonst auf unseren kanälen so weitergeht die findet ihr immer bei uns in den angesagten kanälen also mich beim eschbeeren und den esch natürlich bei mir und ja schreibt uns doch gerne in die kommentare wenn ihr hilfreiche tipps und anregungen für uns habt immer raus damit dann bedanken wir uns herzlich bei euch fürs zu sehen und freuen uns auf euch beim nächstes mal bis dahin bei bei ciao